Wir müssen jetzt zum Frühjahr warten. Schön, dass du es sein und trotzdem zeigst du mir jetzt sofort, dass ich deine Wälder bin. Was? Damit wird es gemein, dann wird deine Frühjahr weiter. Nee, 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 vergiss es. Ich bin halt schon den ganzen Tag mit einer unermüdlichen Schwester durch die Gegend gestandt. Ohne mich. Schluss jetzt. Oder muss ich erst eine bestimmte Nummer wählen? Ist genauso stirb wie früher. Was mit dir? Willst du nicht erst mal so gehen, oder? In fünf Minuten wieder laufen. Sagen wir in zehn. Ich weiß ja, wie lange du immer brauchst. Ich kann schnell sein, wenn ich will. Nur wenn du willst. Oh, ich lege dich wieder auf dem Rücken. Wollt du mir? Ja. Ist es warm genug? Möchtest du nicht, ey? Nee, danke, das geht. Kommen Sie. Kannst du auch mal da rechnen, ey? Klar. Mein Barmann ist nicht mein Handy da. Ich muss ihn drauf. Irgendeins? Ja, ich bin ein kompletter Sohn. Gut. Und wenn du möchtest, darfst du deine Augen schließen. Ich halte deine Füße. Darf ich über die andere Musik? Nee, lass mal. Ich möchte den Zorn hören. Gut. Dann überlässt du mir ganz das Gewicht deiner Beine. Du musst überhaupt nichts mit tun. Einfach mal loslassen. Und wohlfühlen. Dann überlässt du mir jetzt das Gewicht deines Kopfes überlassen. Und einfach nur noch... Mensch, Mann. Ich hoffe, dass das hier sein muss. Ich bin gerade auch schon von dir. Ich bin so viel Beschluss beim Singen. Ich bin so viel Beschluss im Hintergrund. Und ich bin so viel Beschluss bei dir. Du bist so viel Beschluss. Ich bin so viel Beschluss. Ich bin so viel Beschluss. Vielen Dank.